Ja und damit willkommen zurück zu uTours Live. So jetzt gucken wir hier nochmal rein Intro mit Logo kann man immer gut gebrauchen ein Jetzt gucken wir nochmal Kalender 10. Februar am 9. Das ist also morgen. Haben wir überhaupt zu öhe oder? Game World, ja da gehen wir hin. Dann haben wir am 13. Spring Festival. Hallowindance, Hallowindance, ey ey ey. Lässig. Grün. So dann haben wir. Machen wir auch mal. Hallowindance machen wir auch. Braucht Kostüme oder? Kann ich es vielleicht nochmal angucken? Ich würde es gerne wissen. Lässig, ne? Sollen wir kommen. Ja. Pff. Äh. Mal noch Briechen. Mal noch nichts. Müsst. Noch Mützchen. So. Ganz lässig. Uh, wir sind müde. Ö ук мясht auf rein. Oh. Ja alles gut mit mir corporations aufereinen diseases oder eins. Ja loggedareys mit速 firepower überrä Bien resser. oh dann puckt er ja noch halt eine exklusive sega konsole oh Kann man nicht, ne kann man nicht, ok. Spielen, was ist das? Drücker Space zu, starten! Ja, und... Oh! 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 Jetzt haben wir das jetzt geschafft. Keine Ahnung. Was haben wir hier? Ja, schläft hier klar rein, ey. Reben? Oh. 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 Trennend! Trennend! Spacing, wie das Ries ist da, hm? Okay, ich geh jetzt. Alles klar. Wir müssen noch ins Bett, das bringt uns so nix. Schlafen schnell! Hunger haben wir auch. Da müssen wir mal wieder was essen. Und ähm... Unsere Geld könnten wir... Ja, wohl... Ne, jetzt nicht. Lernen müssten wir auch noch. Prüfungstermin. Äh... Das sind so mittelmäßig. Geh mal lernen, lernen, ler... Lerne? Nochmal lernen und dann machen wir hier... Neues Gaming-Video. Neues Gaming-Video. Neues Gaming-Video. Ja. Lassen haben wir. Lassen haben wir. Okay. Jo. Dann gehen wir mit unserer Ski-Mütze. Das ist bestimmt hier Musiker. Hm, okay. Hm, nein. Lellen lassen. Blablabla... Blablabla... Langweilig. Hm, hm. Hm, hm. Hm, hm, hm. Hm, 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 hm. Hm, hm, hm. Über Geld? Einen Anwesen im All zu holen? Ja klar. Wenn er Geld hat? Nee, oben auch nicht. Mode? Ach, der will gar nichts. Der will über gar nichts reden. Der Auro reden. Kurse? Ach so, hatten wir ja schon. Auro. Blablablabla. Den haben wir noch hier. Hm. Ach komm, wir reden mal über's Geld. Was, du hast kein Geld? Musik? Auch nicht, alles klar. Oro. Oro. Okay. Mode? Es ist wie Sims, ne? Einfach klicken und gucken, wo sie anspringt. Kurse? Machst du auch Kurse? Okay, das magst du nicht. Kurse ohne? Mode? Ähm, bla bla bla. Ja, blablabla. Blablabla. Ha blablabla. Blablabla. Ah. 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 Ähm. Ähm. Blablabla. Ah. Ja, Mode, magst du? Und nochmal Mode? Ja, dann können wir noch mal tanzen, ja. Ah. ich finde das so lustig wie tanzen okay sie will nicht mehr tanzen ja gut dann halt nicht, kann man wieder gehen? oh was ist denn hier denn noch? nichts doof ok na klar wir gehen so und zuhause wieder angekommen nein haben wir keine zeit stoppt die herstellung ok einladung ins kino ja wie soll ich denn kommen? im kino? gehen wir halt so so ist das als youtuber man hat nie zeit um videos zu machen super kino ok ok warum? so exit genienzahl dann gehen wir doch mal rein immer das gequatsche ey wo sitze ich denn? wo ist das vorige Plätze? da gehen wir hin gute aussicht ganz vorne ist blöd da muss man immer so komisch gucken ganz hinten sieht man nix und so mittendrin ist ok da läuft ein Film mit Gießkannen ok ok mach ich jetzt irgendwas machen noch? ok ich bin kein Sänger ok ok k k k Das Geld hat will sie ohne Lacht haben, äh lacht, jacht. Gut, dann gehen wir wieder, äh, ich hab's, nein, hab ich nicht, okay, warte grad sagen, ich hab's kaputt gemacht, nein, ich möchte mit dir jetzt nicht reden, so, wir müssen hier ein neues Video machen, mh, um, 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 um Wir haben doch keine Kostüme. Das ist schlecht, oder? Mütze ab. Egal. Ich glaube wir hätten die ganzen Events nicht machen sollen. Hallo, kannst du kochen? Nö, nicht so schlimm, wie auch nicht. Oh, hast du eine Yacht? Hm, wie findest du hier die Partie? Hm, nicht so gut, gut. Gut, ich würde spielen. Spielst du was? Nee, spielt sie auch nicht. So, hier haben wir die Yacht. Er mag dem schon die Yahu. Okay, Yacht. Party wollte sie nicht kochen, wollte sie nicht mudeln. Wenn sie Yacht haben will, dann macht sie auch Geld. Und dann pitch sie auch headed und er will. So, hier habt ihr gesagt, dass ihr wieder selbst entwischen wollt. Ja, also gibt es Kinder ver deden. Die ist kompliziert, die ist ja ganz kompliziert, das D. Geld. Nochmal Geld. Morde? Nee, Morde nicht. Musik? Nee. Ja, dann gehen wir wieder zurück. Jupp. So. Binge mir wieder die Kerzen aus. Ja. 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 Zitzen, die Zitzen sind. So, sorry, ich war ein bisschen abgelenkt, ähm, was Spiel passiert, wieso passiert? So, die Prüfung sieht auch gut aus. 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 So, die Prüfungufen sieht auch gut aus. All right, mit dem Puzzle. So laden wir das mal hoch, oh Rechner ist schon wieder kaputt. Ne das mal gehen wir nicht ins Kino weil wir haben keine Zeit. So Rechner reparieren, dann gehen wir mal essen, schlafen und noch mal lernen. Um? Um, um, um. Lass das jetzt auch mal ausziehen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, bis dahin tschau. Bis dahin, bis dahin tschau, bis dahin tschau, bis dahin tschau.